Die Hauptstadt von Portugal? Lissabon. Athen liegt in Griechenland. Was ist die Hauptstadt von Europa von Asien? Leiter. Was ist die Hauptstadt von Kanada? Ottawa. Wie heißt die Hauptstadt der USA? Washington. Wie heißt das Gebirge entlang der südamerikanischen Westküste? Da war der Benni. Wie heißt jetzt der Gebirgszug? Ja, das sind die ... weiter ... Die Anden. Ja, ich wollte es ja sagen. Ich habe mich nicht traut. Wie heißt die Hauptstadt von Peru? Weiß ich nicht. Welche Sprache wird in Brasilien gesprochen? Spanisch. Portugiesisch. Welchen Namen hat Konstantinopel heute? Konstantinopel ist ... Wie spiel ich jetzt? Istanbul. Genau. Wo liegt es heute bei Grönland? Ja, in Südamerika.